Oh, hier haben wir einen Hochschall. Du musst schon Gas geben. Weißt nicht, da geht die Luft auf Zeiten, weil ich bin wieder. Warum fliegen wir genau unter der Stromleitung? Verrotet man, da ist noch einer. Fliegt drüber, ja. Dann fliegt er wieder aus. Ich glaube, bei mir war da ein Funk aus. Ich sehe das schon. Weil auf einmal war er auf Null. Dann fliegt er jetzt auch wieder runter. Ah, ich habe ja Akku. Nein, das ist noch nicht. Gas, Gas! Ach so.